Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Laut Antrag der Bundesregierung sollen im Rahmen des KFOR-Einsatzes, ich zitiere, Kosovo-albanische Sicherheitskräfte beraten und als demokratisch kontrollierte, multiethnisch geprägte Sicherheitsorganisation ausgebildet werden. Die Realität sieht vollkommen anders aus. An der Spitze der Regierung steht mit Albin Kurthi, ein erklärter großalbanischer Nationalist. Ab September muss ich mit Salih Mustafa, ein früherer Kommandeur der rechtsextremen Untergrundarmee UCK, vor dem Kosovo-Sondertribunal für Folter und Ermordung verantworten. Dem früheren UCK-Chef und Ex-Kosovo-Präsidenten Hasemtaci werden Morde, Verschleppung und Folter vorgeworfen. 1991 haben Kroatien und Slowenien einseitig ihre Unabhängigkeit vom jugoslawischen Bundesstaat verkündet. Es war die deutsche Außenpolitik, die mit der vorstellenden Anerkennung der einseitigen Sezessionen gegen die Stimmen unserer europäischen Nachbarn, Massenvertreibungen und den völkerrechtswidrigen NATO-Krieg gegen das verbliebene Jugoslawien 1999 eingeleitet hat, damals schon gegen den Widerstand von Links und der Friedensbewegung. Und Kollegin Motschmann, Ihr Bundeskanzler, Helmut Kohl, hatte noch einen Einsatz deutscher Soldaten abgelehnt mit dem Verweis, die Bundeswehr habe dort nichts zu suchen, wo einst die Wehrmacht war. Recht hatte er. Ausgerechnet Grüne und SPD propagierten die Bombardierung serbischer Städte. Joschka Fischer ließ Menschen in dieselben Luftschutzkeller treiben, in denen sie schon vor der Wehrmacht gesessen hatten. Schlimmer ist der Satz, nie wieder Auschwitz, selten missbraucht worden. Viele Grüne haben wegen der Beteiligung am illegalen NATO-Krieg ihre vom Pazifismus verlassene Partei verlassen. Ich bin damals nach 33 Jahren aus der Willy-Brandt-SPD ausgetreten. Die Grünen-Vorsitzende und Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ist während dieser Debatte erst eingetreten. Und mit den lauten Rufen von Habeck mit dem Panzerhelm auf dem Kopf, Panzerlieferungen an die Ukraine zu betreiben, klingen die Grünen wie mit ihrer permanenten Hetze gegen Russland und China. Nein, auch dem Balkan, nein, nein, auf dem Balkan haben deutsche Soldaten in der Geschichte nie etwas Gutes bewirkt. Und, liebe Grünen, lieber Jürgen Trittin, was würde heute Josef Beuys zu den Auslandseinsätzen sagen? Wir Linken sagen, Schluss damit! Liebe Kolleginnen und Kollegen, an dieser Stelle eine Information. Wir werden über den KV-Einsatz das jetzt nicht gleich nach der Aussprache namentlich abstimmen, sondern drei Tagesordnungspunkte weiter mit dem zweiten Mandat zusammen, damit wir nicht in die Quere kommen mit der laufenden Abstimmung. Und ich darf Ihnen an dieser Stelle schon mal bekannt geben, die namentliche Abstimmung über den Gesetzentwurf der Bundesregierung, Vereinheitlichung des Stiftungsrechts, und zwar hier zu dem Artikel 9 und 10 abgegeben, wurden 626 Stimmen, mit Ja haben gestimmt 412, mit Nein 212, Enthaltungen 2. Artikel 9 und 10 des Gesetzentwurfs sind damit in der Ausschussfassung angenommen. In der laufenden Debatte fahren wir fort mit der Kollegin Katja Keul, Bündnis 901.